Einen wundervollen guten Tag ihr Lieben und herzlich willkommen zum sonntägigen Wochenreport. Ja, die Krypto-Woche lief richtig gut, Bitcoin mit 10% im Plus werden wir uns natürlich gleich anschauen. Außerdem noch die Gainers & Losers der Woche und natürlich einige Neuigkeiten. Zum einen werde ich euch mal bekannt geben, wie meine Prognose jetzt ausschaut. Haben wir den Währermarkt hinter uns gelassen oder gibt es vielleicht noch Angst vor einer Korrektur? Außerdem geht diese News gerade viral. SWIFT wird ab dem 1. Februar 2023 keine Fiat-Währungsüberweisung von Bankkonten an Cryptocurrency-Börsen mit einem Wert von weniger als 100.000 Dollar verarbeiten. Also alle Einzahlungen unter 100.000 Dollar werden einfach nicht mehr durchgeführt. Wird also jetzt der Retailer auf die Straße gesetzt, werden wir uns alle bald keine Kryptos mehr kaufen können. Das werden wir uns gleich anschauen. Außerdem gucken wir uns mal an, was bei Aptos abging, dass die so einen krassen rekordverdächtigen Anstieg in wenigen Tagen hingelegt haben und natürlich die Krypto-News der Woche und auch ein schönes Ripple XRP-Update. Also, dranbleiben lohnt sich. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, ihr Lieben, Bitcoin mit 10,5% im Plus. Wer hätte das vor etwa 1 oder 1,5 Wochen gedacht? Unfassbare Entwicklung, gestern sogar kurzweilig über 23.000 Dollar und es wirkt momentan so, als würde es eigentlich nur noch eine Richtung geben. Insbesondere, wenn wir uns mal die Altcoins anschauen, in den letzten 30 Tagen Aptos mit über 264%. Gratulation an alle Aptos-Hodler und auch Gala und einige andere Projekte richtig gut gelaufen. Die letzten 7 Tage gab es sogar mal wieder ein Lebenszeichen von Hedera Hashgraph. Hashgraph Hbar mit 37% im Plus. Freut mich als Iso-Kornhautler natürlich ganz besonders. Und in dem Zusammenhang vielleicht ein kleiner Hinweis. Seit gestern gibt es jetzt auch Shorts von mir. In diesen Shorts werde ich innerhalb von einer Minute ein ganzes Projekt erklären oder aber einer spannenden Frage auf den Grund gehen. Also, falls es noch nicht geschehen, unterstützt mich sehr gerne. Zieh dir den Short rein und ich werde versuchen, mindestens ein Short-Video in der Woche hinzuzufügen. Ja, bevor wir uns gleich die Prognose anschauen, will ich euch nochmal kurz daran erinnern, falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut doch sehr gerne mal bei BingX vorbei. BingX hat momentan geile Aktionen. Zwei Aktionen für Neukunden, die eine kennt ihr ja bereits. Einfach anmelden und den Montag darauf dann 50 USDT als Bonusguthaben erhalten. Jetzt gibt es noch eine weitere Aktion für Neukunden. Auch die kennt ihr vielleicht schon. Die ersten 500 Nutzer pro Tag, die sich dort neu anmelden, bekommen dann ebenfalls einen 50 USDT-Bonus dazu. Und dass langweilig wäre, wenn immer nur die Neukunden irgendwas bekommen, sollen natürlich auch diejenigen von euch, die bereits auf der Plattform aktiv sind, belohnt werden. Ihr erhaltet für das angezeigte Volumen hier ebenfalls einen Bonus. Und das Besondere ist, ihr müsst die Position maximal eine Minute halten. Mega nice. Alle Links findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an BingX. Und wir starten jetzt mal direkt rein in die Prognose. Ja, ihr seht hier die gelbe Linie. Die gelbe Linie ist der Neumond. Und von daher war jetzt nicht ganz abwegig, dass wir eben in Richtung Neumond hier einen weiteren Anstieg sehen. Dass er allerdings so brachial ausartet, damit hätte, glaube ich, niemand gerechnet. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Persönlich freue ich mich erstmal sehr darüber, dass es so abgeht. Insbesondere auch bei den Altcoins, die ja ordentlich Gas gegeben haben. Ich sehe, dass wieder viel mehr Leute die YouTube-Videos aufrufen. Ich merke, die Stimmung ist schlagartig besser geworden. Und auch ich selbst habe natürlich viel Freude bei den Kursentwicklungen. Aber was mir nicht so gut gefällt, sind eigentlich zwei Dinge. Erstens, es ging viel zu schnell. Und zweitens, wir haben aktuell beim RSI, und das solltet ihr nie vernachlässigen, ja. Der RSI ist sehr, sehr interessant und sehr aussagekräftig. Haben wir mal wieder ein extrem überkauftes Territorium. Auch wenn es sich momentan so ein bisschen akklimatisiert hat. Wir sind raus aus dem lilanen Bereich. Und von daher ist nur plausibel, dass der Anstieg vielleicht irgendwann ein Ende findet. Ich könnte mir eventuell noch sowas vorstellen, wie wir es hier sehen. Ihr seht hier so eine ähnliche Bewegung. Also hier waren wir nochmal rausgekommen, nachdem wir die lilanen Linie hier berührt haben und sind dann erst eingebrochen. So ähnlich kann es natürlich jetzt auch laufen, dass wir eine Seitwärtsbewegung sehen. Was aber ganz klar ist, oder zumindest war es die letzten Male bei fast jedem Kryptoprojekt der Fall. Wenn es geradeaus wie so eine Linie parabolisch nach oben geht, dann gibt es zumal auch eine Korrektur. Das soll nicht heißen, dass alle Gewinne wieder verloren werden. Aber wenn man organisch wachsen will, dann braucht es auch mal einen Rücksetzer, eine Take-Profit-Phase. Und von der gehe ich jetzt einfach mal aus. Ich denke, wir sind jetzt in etwa ausgetoppt. Wir haben die wichtigsten Widerstände genommen. Wir haben sogar, wenn wir mal hier reinschauen, sogar nur diesen Widerstand genommen. Also etwa die 23.000 Dollar Marke. Da waren wir kurzweilig drüber, sind jetzt daran angestoßen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt in Richtung Vollmond eine Korrekturphase sehen. Vielleicht nochmal in Richtung 20.000, 21.000 Dollar. Schreib mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Alternativ würde ich mich natürlich sehr über einen bullischen Ausgang freuen. Der bullische Ausgang ist auch nicht vorm Tisch. Denn wenn wir uns den Chart mal anschauen, sehen wir hier ein wunderschönes W-Pattern. Und solche W-Pattern sind in der Regel sehr bullisch und so richtig doll ausgebrochen sind wir aus diesen Pattern auch nicht. Kann also natürlich sein, dass es hier noch weiter geht. Die Wahrscheinlichkeit halte ich allerdings für relativ gering. Es ist nämlich auch hier ein W-Pattern gewesen, wo nicht viel draus wurde. Und von daher halte ich eine Korrektur für durchaus gesund. Dieses Wochenende war ganz besonders spannend rein mondtechnisch. Denn neben dem Neumond, den wir am Samstag hatten, ist heute das Mondneujahr, Lunar New Year im asiatischen Raum. Das heißt, das Kursfeuerwerk war vielleicht gerade zu Ehren des Neumondes und des Lunar New Years. Vielleicht hat Bitcoin genau deshalb Gas gegeben. So ein paar Kursexplosionen passen zum Lunar New Year vielleicht nicht ganz verkehrt. Und jetzt gibt es vielleicht erstmal eine Beruhigungsphase. Ja, diese Nachricht schockiert gerade viele im Internet. Und zwar, SWIFT wird ab dem 1. Februar 2023 keine Fiat-Währungsüberweisung von Bankkonten an Cryptocurrency-Börsen mit einem Wert von weniger als 100.000 Dollar verarbeiten. Wow. Dieser Schritt wird den Zugriff auf Krypto für zig Millionen Leute vereiteln. Unfassbar, Freunde. Doch wir müssen natürlich jetzt mal Ruhe bewahren und das Ganze einmal prüfen. Und das habe ich natürlich für euch getan, ein bisschen recherchiert. Und die einzige Börse, die erstmal aufploppt mit der Info, ist Binance. Binance sagt seinen Binanceianern, dass ab dem 1. Februar eben keine USD-Einzahlungen mehr möglich sind. Aber sie sagen auch, dass sie bereits auf der Suche sind nach einer alternativen Lösung, nach einem alternativen Zahlungssystem. Auf der anderen Seite wissen wir, wie groß SWIFT ist. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist die, warum macht SWIFT das? Was ist da der Hintergrund? Ich werde euch gleich mal meine Theorie aufstellen. Aber zunächst einmal, inwieweit betrifft das uns? Denn hier lesen wir erstmal nur über Binance und SWIFT. Aber es gibt hier eine Aussage von CC, um ein bisschen Ruhe zu bringen. Denn die Leute sind natürlich gerade sehr panisch auf Binance. Dies gilt für alle ihre Crypto-Exchanges, liebe Kunden. Bitte beachten Sie, dass sie ihr Bankkonto nach dem 1. Februar möglicherweise nicht mehr verwenden können, um Crypto mit USD über SWIFT mit einem Wert von weniger als 100.000 Dollar zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist natürlich krass, denn wenn einige von euch ihre gesamten Coins auf der Börse haben und vielleicht vorhaben, jetzt eine größere Transaktion mal eine Auszahlung auszuführen, ist es nicht mehr möglich. Das heißt, ihr könnt zumindest, wenn ihr mit USD dort arbeitet, keine Auszahlung mehr durchführen. Und das ist natürlich extrem negativ, denn man hat seinen neuen Customer dadurch geführt. Man hat sich also komplett verifiziert und trotzdem sind einem jetzt die Hände gebunden. Was könnte also der Grund sein, warum SWIFT nicht alles kappt, sondern nur alles unter 100.000? Wollen sie wirklich alle aus dem Kryptomarkt jagen? Ich kann es euch nicht sagen, ich kann mir persönlich vorstellen, da wir ja wissen, dass gerade im März alles scharf geschaltet werden soll, rein ISO 20022 technisch, dass vielleicht irgendwie ein solches Upgrade bei SWIFT dazu führt, dass sie diese ganzen Transaktionen, diese Mini-Transaktionen, dass sie die vielleicht nicht mehr automatisch, sondern alle händisch ausführen müssten. Und bevor die Mitarbeiter da jetzt alle wahnsinnig werden mit 5-Euro-Transaktionen, haben sie halt gesagt, nur noch größere Transaktionen ab mindestens 100.000 Dollar. Das heißt, das wird dann vor allem nur noch Unternehmenskunden betreffen, für die wird weiterhin alles ausgeführt, aber der Retail wird quasi jetzt rausgeekelt. Ist das jetzt der erste Schritt? Wird es bald für uns alle nicht mehr möglich sein, Kryptos zu kaufen? Ich kann es euch nicht sagen, ich kann euch nur eins sagen, ich werde generell immer alle Kryptos abziehen von den Börsen und ich werde auch keine großen Fiat-Beträge dort parken. Wir müssen aber ganz klar festhalten, dass es erstmal nicht uns betrifft, sondern nur Kunden, die mit US-Dollar arbeiten. Und das Abziehen von Kryptos alleine auf den Ledger bringt natürlich erstmal auch nichts, weil wenn wir die auf dem Ledger haben, 99,99% der Welt akzeptieren nun mal keine Kryptowährungen, sondern nur Fiat-Währungen. Und von daher ist es schon ein Problem. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es immer schwieriger wird, Geld auszuzahlen. Wir haben es festgestellt, bei Gold gab es ja bereits die Grenze auf 2.000 Euro an Tafelgeschäft. Außerdem habe ich die Info, dass wir seit diesem Jahr hier in Deutschland auch nur noch maximal für 10.000 Euro an Bargeld einkaufen können. Das heißt, euer Auto kaufen oder was auch immer ihr kaufen möchtet, im größeren Rahmen müsstet ihr halt alles digital bezahlen. Es kann also durchaus sein, dass der Retail bald extreme Schwierigkeiten haben wird, Fiat-Geld auf die Börsen zu bringen. Also, seid froh, dass ihr dabei seid, seid froh, dass ihr schon eingedeckt seid und nutzt die Zeit vielleicht nochmal, um euch nochmal die ein oder andere Kryptowährung zu kaufen. Wer weiß, was so kommt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass es jetzt ein großes Rausegeln der Kleinanleger gibt, aber wer weiß, was sie sich noch so überlegen. Für alle europäischen Kunden ist es erstmal alles ganz entspannt, denn ihr könnt die Euro-Zahlung nach wie vor mit Binance und Swift abwickeln. Bislang trifft es also nur Kunden, die mit US-Dollar handeln. Jetzt die Frage der Fragen. Was ist bei Aptos passiert, dass die so krass abgegangen sind? Der Solana-Killer in einer Woche um 94% gestiegen. Hier ist, was dahinter steckt. You Today, ihr rettet meinen Tag. Ich war so gespannt zu lesen, was dahinter steckt. Und dann habe ich das für euch gefunden. Der Hauptauslöser des Aptos-Preisanstieges war natürlich die Januar-Blüte des gesamten Kryptomarkts, als seine Kapitalisierung seit Jahresbeginn um 31,2% gestiegen ist. Ah, ich verstehe. Der Grund, warum Aptos also rekordverdächtige Anstiege hingelegt hat die letzten Tage, liegt daran, dass der ganze Kryptomarkt gerade eine gute Phase hat. Einleuchtend und sehr logisch. Also, wenn ihr Kursanalysen braucht, You Today auf jeden Fall sehr hilfreich. Kommen wir jetzt aber mal zu vernünftigen Artikeln. Das sind die fünf wichtigsten Krypto-News der Woche. Genesis, nun ist es offiziell, meldet Insolvenz an. Genesis hat am 19. Januar Insolvenz angemeldet nach Paragraph 11 oder nach Chapter 11. Sie wollen versuchen, irgendwie das Ganze noch zu regeln, aber brauchen dafür Zeit. Und dementsprechend haben sie jetzt erstmal ihren Soll erfüllt und die Insolvenz angemeldet. Aber diese Insolvenz kann auch abgewendet werden, wenn man plötzlich doch noch irgendwie einen Geldgeber findet oder in irgendeiner Form doch wieder Liquidität aufbauen kann. Wir warten also mal ab. US-Justiz zerschlägt Bitzlato. Was steckt dahinter? Das war für uns alle ein Schock. Anfang der Woche war es, glaube ich, am Montag oder Dienstag. Da gab es eine große Ankündigung seitens des DOJ, des Department of Justice, also dem Verteidigungsministerium in den USA. Und die haben gesagt, hey, passt auf, wir haben eine Ankündigung. Und zwar eine große internationale Aktion zur Strafverfolgung von Kryptowährungen. Wow. Viele dachten, haben sie Tether hochgenommen? Ist vielleicht jetzt irgendwie ein Verbot für Stablecoins im Raum? Oder wird irgendwas anderes verboten? Alle waren gespannt. Der Kurs hat auch ordentlich reagiert nach unten hin. Und plötzlich kam heraus, sie haben eine krasse Börse hochgenommen. Und zwar Bitzlato. Ja, das habe ich auch gedacht, Freunde. Noch nie von gehört. Es scheint wohl irgendeine kleine russische Exchange zu sein. Und die haben sie jetzt hochgenommen, weil da Geldwäsche betrieben wurde oder irgendwas in der Richtung. Also ob das jetzt wirklich ein großer Schlag war, das stelle ich mal in Frage. Und auch das Internet sagt dazu mitnichten, dass die US-Justiz hat Bitzlato hochgenommen, eine bis dato weitestgehend unbekannte Kryptobörse. Ein vermeintlicher kleiner Schlag, der so dann für Spott und Häme im Kryptospace sorgte. Ja, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Und ob die so wenig im Kryptothema sind, dass sie jetzt echt dachten, Bitzlato wäre eine große Nummer. Keine Ahnung. Vielleicht war es aber auch nur der erste Stein, der jetzt ins Rollen gebracht wurde. Wir werden es sehen. Die Kryptoregulierung Mieter wird verschoben. Haltet euch fest, aufgrund von technischer Natur. Denn sie müssen das Dokument in 24 Amtssprachen übersetzen. Und deshalb muss das EU-Parlament jetzt ein paar Monate Geduld mitbringen. Das Ganze wird sich nämlich jetzt frühestens im April abspielen. Und die Frage, die ich mir dann stelle, in Zeiten, wo es Chat-GPT gibt, wieso braucht ein EU-Parlament Monate, um ein Dokument in mehrere Sprachen zu übersetzen? Unfassbar, Freunde. Coinbase wird BVB-Partner. Coinbase verstärkt seine Zusammenarbeit mit dem achtmaligen deutschen Meister Borussia Dortmund. Wir freuen uns, unser Engagement auf dem deutschen Markt zu vertiefen und auf die Zusammenarbeit mit dem BVB. Coinbase mit seiner Krypto-Plattform und Borussia Dortmund im sportlichen Bereich stehen beide für Innovation, Vertrauen und Verantwortung. Sehr, sehr nice. Ich bin zwar kein großer Fußballfan, aber früher war ich definitiv immer für Dortmund und jetzt wisst ihr auch warum. Kommen wir nun, last but not least, zum kleinen, aber feinen Ripple-Update. Zum einen, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, meine Übersetzung oder meine Reaction auf das Interview von Brad Garlinghaus in Davos. Falls es noch nicht geschehen, ich werde es am Ende des Videos einfach mal verlinken. Kannst du raufklicken und dir einfach mal geben. Ich fasse es dir aber sonst kurz einmal hier zusammen. Noch in diesem Jahr soll die Entscheidung über die Kryptowährung XRP fallen. Brad ist sich da sicher und wirft der SEC Betrug vor. Brady, der CEO von Ripple, geht davon aus, dass der langjährige Streit seines Unternehmens mit der SEC bald abgeschlossen sein soll. Es soll bereits im Juni ein Urteil gefällt werden. Wie die hier auf Juni kommen, kann ich euch nicht erklären. Denn er sagte konkret, wir erwarten eine Entscheidung eines Richters sicherlich im Jahr 2023. Sie haben nicht wirklich die Kontrolle darüber, wann ein Richter seine Entscheidung trifft. Aber er ist optimistisch, dass wir irgendwann in den kommenden einstelligen Monaten dort schließen werden. Einstelliger Monat heißt für mich auf jeden Fall auch noch September. Also der neunte Monat des Jahres. Wie die da auf Juni kommen, kann ich euch nicht erklären. Im Raum steht ja erst einmal März. Das ist für mich auch so der Termin, den ich im Kopf habe. Und theoretisch könnte es natürlich auch noch September sein. Wobei wir ganz klar sagen müssen, Brad hat jetzt auch nicht gesagt, das ist 100% so. Sondern er glaubt, dass es im einstelligen Bereich fertig sein sollte. Ich meine, er hofft wahrscheinlich selbst drauf. Und was soll er denn sagen? Soll er sagen, er hofft, dass der Prozess erst in 8 Jahren beendet ist? Ich glaube, wir wollen ja alle auch irgendwo mal ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen. Und von daher total richtig, dass er da auch ganz klar sagt, er erwartet es in diesem Jahr. Brad betonte zudem das peinliche Verhalten der SEC und kritisierte, dass Ripple von der Aufsichtsbehörde betrogen worden sei. Für den Ripple-CEO sei eine Einigung nur dann möglich, wenn klargestellt ist, dass Ripple definitiv nicht als Wertpapier reguliert werde. Und zu guter Letzt nochmal eine Unterstellung, die ich doch sehr häufig höre. Ripple würde seine Hordler abzocken und den Preis manipulieren. Ein Mr. Huber, der wohl bei Twitter irgendwie ein investigativer Nutzer ist, der immer versucht, Transaktionen nachzuvollziehen und irgendwelche Korruptionen aufzudecken. Der hat jetzt das gleiche bei Ripple versucht. Denn es ist ja seitdem Jack McCaleb da gewesen, ist kein Geheimnis, dass immer mal wieder Ripple auf den freien Markt geworfen werden, auch im größeren Stil. Nun will er beweisen, dass Ripple den Preis manipuliert. Ihr erinnert euch daran, Jack McCaleb hatte ja viele XRP verkauft und glücklicherweise war es im letzten Jahr jetzt endlich soweit, dass Ripple verkündet hat, endlich ist es vorbei. Er kann nichts mehr verkaufen, weil er den Rest verkauft hat. Ripple hat 2017 insgesamt 55 Treuernkonten eingerechnet, auf die jeweils eine Milliarde XRP eingezahlt wurden. Dadurch, und auch aufgrund der Transaktion von Jack McCaleb, hat dieser Mr. Huber die Möglichkeit gehabt, Daten zum An- und Verkauf von Ripple zu sammeln. Dabei fiel ihm schon im Oktober 2022 auf, dass Ripple an manchen Tagen extrem viel XRP vom freien Markt ankauft und an anderen Tagen wieder verkauft. Allerdings hatte Ripple schon damals über die Quartalsberichte und auch so in Interviews bekannt gegeben, und das ist ja auch ganz offiziell mitgeteilt, dass sie XRP zurückkaufen für ODL und sie damit für gesundere Märkte sorgen wollen. Mr. Huber stieß nun an Neujahr und folgenden Tagen wieder auf ungewöhnliche hohe Volumina, mit denen XRP zunächst an- und dann wieder mit Kleingeln verkaufte. Er konnte aber kein Muster erkennen, welches für eine gewinnorientierte Preismanipulation von Ripple steht. Er kommt im Endeffekt nur zur Schlussfolgerung, dass Ripple mit seinem XRP-Handel versucht, den Preis von XRP stabil zu halten, also zu stabilisieren. Er sagte daraufhin auf Twitter, man könnte dies wohl als Preismanipulation bezeichnen, aber es ist eben von keiner bösartigen Motivation angetrieben. Und da kommen wir wieder zum Fakt, Ripple lässt sich einfach nichts anlasten. Ich meine, die haben vor, einen riesigen IPO zu starten, die wollen die ganze Welt verändern, da haben sie es doch nicht nötig, ihre per Hodler abzuzocken. Die wissen doch eh, dass im Prinzip 20, 30 Wallets eigentlich den Großteil aller XRP halten. Warum sollten sie jetzt Gefahr laufen, gegen Wettbewerbsrechte zu verstoßen und die Kleinerlager abzuzocken für ein paar Millionen? Das ergibt keinen Sinn, zumal sie auch bereits über eine Milliarde Cash auf dem Konto haben, wie Brett immer wieder stolz präsentiert. Also viel Gefadde da draußen und mal wieder ein Beweis dafür, dass Ripple einen ordentlichen Job macht. Ich bin und bleibe demnach bullisch, bin sehr gespannt, was Bitcoin die nächsten Tage macht, werde meine Stop-Loss scharf schalten. Und für alle, die nach solchen Meldungen hier vielleicht nochmal ein bisschen einkaufen wollen, nutzt die Gelegenheit und schaut doch mal bei einem Partner von uns bei BingX vorbei. Die Links findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Ich danke euch, wünsche euch jetzt einen schönen Rest Sonntag, einen geilen Start in die neue Woche. Bis zum nächsten, meine Lieben, bleibt mir gesund und bis bald. Ciao! Bis zum nächsten Mal.